Macht Terrorist. Und damit herzlich willkommen zu einer ersten Folge CS2. Wir spielen das erste Mal CS überhaupt, also CSQ und CS2. Und wir wollen mal sehen, wie sich die schlechten Noobs der Welt schlägen. Viel Spaß. So dann wohl. Ach du bist da. Hi. Hallo. Na dann komm. Tun wir mal ein paar Leute töten. Wir gehen zusammen, okay? Okay. Ich hab Angst. Oh Gott. Da war ne Sniper. Bist du da? Ich bin tot. Aber du hast nen Kill, kann das sein? Ja. Das ist doch schon gut. Ich hab keinen bekommen. Granate, Granate, Granate. So, wo gehen wir denn lang? Wo bist du? Da. Da. Hi. Hi. Das mal hier lang. Ja, okay. Ich hab kein Blatt, wo es lang geht. Ich tu. Ich muss mich da kurz am Kopf hatzen. Hm, kein Problem. Bist auch echt. Wir sichern uns immer gegenseitig, ne? Kein Problem. Oh, da oben. Über dir ist einer. Über dir. Über dir. Über dir. Über dir. Über dir. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Aber ich hab nen Kill. Einen Kopfschutz. Einen Sarningheader. So, komm. Entweder gewinnst du jetzt oder stirbst du. Aber mach hin. Entweder wir gewinnen das jetzt oder wir verlieren das. Ach, mit Maus 1 kann ich cycle. Mit linker Maustaste. Ah. Runde verloren. Hm, das ist ja schade. 3, 5. Oh, das ist... Aber langsam verliere ich das Spiel. Verstehe ich das Spiel. Okay. So, wir machen mal das hier und Galil. Galil. Da bist du. Ja, ich brauch da noch ne Granate. Ah, ich hab nen Sniper. Ich möchte die auch gerne nutzen. Kannst du mein Spähtypie sein? Danke. Das ist aber keine Sniper. Das weißt du schon, oder? Ja, es hat nen Scope. Also mit nem Scope ist ne Sniper. Okay. Wenn du das sagst. Du coverst mich, ne? Was? Du coverst mich? Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin dieses Gebäude direkt vom Swan hochgegangen. Da. Tun wir jetzt hier alle. Hinter dir. Ich muss meine DPI hochstellen. Ich. Glaube ich auch. Aber nur minimal. So. Ich sollte vielleicht auch kaufen. Ich will. Ich will. Hab ich grad auch vergessen. Ah, das ist jetzt mal ne wirklich. Es ist. Jetzt ist schon spielbar. Die geben aber echt Klicks. Äh. Ich wurde. Ich hab glaub ich. Ja. Ich hab einen Headshot gemacht. Danach wurde mir ein Headshot verpasst. Von zwei Leuten. Von zwei Leuten. Ja. Hm. Ich hab keinen. Okay. Da machen wir. Mac 10 und. Oh jetzt hab ich aber noch ein Sniper Ding. Molotow. Ja. Ich bin. Bin Echo. Ich muss sparen. Ich sterb jede Runde. Das kann ich mir nicht leisten. Oh. Der war drauf. Das war ein Fehler. Also einer war da. Ja. Das war aber ein Fehler. Dass du gewechselt bist. So. Oh. Ich hab wieder Geld. Okay. Was. Was kauf ich denn? Wie. Ich muss mal ein bisschen mehr mit Granaten spielen. Ich glaub ich auch. So. B. Also. 3 Explosive Grenade. Dann eine Mech. Und eine Desert Eagle. Gehen wir weiter? Na. Da kommt gleich einer vor. Äh. Nicht die Schussbahn kreuzen vielleicht. Ja. Du darfst nicht ducken. Ich duck mich. Du nicht. Von hinten. Aber ich hab jemanden getötet. Ich auch. Das hinten war kacke. Be. Ich hab die Bombe. Ah. Und einfach. Block. Ich hab die. Meine. Meine Video ist komplett geglutscht. Jungs. Meine Video ist komplett geglutscht. Jungs. Geil. Ich glaub, die denken, du Hacks. Ich öffne mal den Chat. Weißt du das? Na, ich guck mal kurz. Gut, mach mal. Y oder U? Bist du Freund oder Freund? Ich hab's glitching. Ah, schade. Ich kann halt grad nicht. Ich treff grad ganz schlecht. Wie wir uns auch erst mal wieder drei Stunden angeguckt haben. Du musst halt schneller klicken. Du musst klick schneller. Matchpoint? Nicht für uns. Ne. Okay, wenn Matchpoint, dann müssen wir halt... Bye. Ne, warum, warum fast taserst du, du Dip? Meine Güte. Auch wenn das keine Sniper ist, scheiße. Ich dachte, ich hätte einen Sniper geholt. Ich mag das nicht, dass mir niemand ein Papa gibt als Sniper. Du bist kein Sniper. Ne, egal. Ich tue so. Oh, reich mehr. Hey, guck ich gerade dir die... Ja, ich guck dir jetzt so... Okay. Ey, wir meinen nicht aus so... Wait, wir waren am Ende in einem anderen Team. Ne. Ne. Hä? Warum werden wir hier nicht angezeigt, einander? Hä? Warum wirst du mir nicht angezeigt? Ich seh dich. Ah, wir sind endlich fünf. Nice. Guck mal, sogar mit Sniper. Hm. Kann das sein, dass das kann? Ach ja, weil Aufwärmfahrt. Ja. Warte mal, ich will einmal jetzt gucken, wie man sprintet. Dann irgendwie das Schiff und Steuerung bei mir beides. Ähm, langsamer werden. Also Walk ist... Ne, ich dachte, man kann gar nicht. Okay. Doch, normalerweise ist... Bei mir ist es, wenn ich Shift gedrückt halte, tue ich langsam gehen. Wenn ich es nicht drücke, tue ich sprinten. Bruder. Boah, auf dem mache ich Shift und... Oh, Walken auch. Ne Granate und ne Desert Eagle hole ich mir. Für mehr reicht das Geld nicht. Ich hole mir gar nichts. Ich kenne die Map 0, ist das Gute. Äh, ich kenne gar keine der Maps, bin ich ehrlich. Na, die letzte... Warte, hier sind die... Das tut ich einmal. Was? Oh man, ich wollte China töten. Na, die werden uns wahrscheinlich... Wenn... Da sind ja noch Teamkollegen. Das heißt, wenn, werden sie uns wahrscheinlich... Hast du getroffen, oder war er? Wenn du stehst auf mir, stimmst du gerade auch hier? Ja, das geht. Ich tue mal unseren... Hinter uns. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Werde ich jetzt MVP? Wenn du tötest, ja. Ich habe keinen Aim. Da hast du aber zwei Kills, ich habe keinen. Ich habe aber ein paar Schaden gemacht. I have. Also, ich sage, ich habe keinen Aim auch. Ich mache von allen im Team, glaube ich, am meisten Kills. So. Ähm, gehen wir wieder zusammen, danke. Ja. Aber wir sollten A. Keiner ist A, komm. Andere. Alle, komm, 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 komm. Wenn keiner A ist, sollten wir... Wir sollten wenigstens jemand A. Links oder rechts? Ich kann auch noch, ob ich gehe hier lang. Wollen wir wetten gleich? Nicht. Ich habe gerade einen Doppelkill gemacht. Da ist einer lang gegangen. Ja, ich weiß. Ich hätte aufmerksamer sein sollen. Shit. Ah, ist ja alle tot. Was ist das doch? Ich habe Doppelkill. Ich habe zwei Kills. Wie du. Ey, wir carryen sogar das Team. Oder du. Ja, du hast die meisten Abschüsse. Und jetzt gibst du vor, Enemies. Digga, es glitcht wieder. Nice. Ich mache mal A weiterhin. Game. Sogar getroffen. Nice. Hey, nicht. Hast du das mit deinem, ähm, äh, sich? Was? Hast du das nicht mit deiner Sicht? Das Glitschen, nö. Fullscreen. Apply changes. Jetzt gucke ich wieder nach unten. Okay, dann gehe ich mal zu B rüber. Oh, da habe ich eine Granate gefressen. Aber still a lie. Digga, 250 Hertz. Vielleicht. Digga. Ich stelle jetzt die Radar auf. So. Ja. Ja. Ich habe jetzt meine Poling Raid runtergestellt und ich habe meine DBI nochmal runtergestellt. Auf die ursprünglichen. Aha. Ah, du bist natürlich... Ich tue mich mal hier ein bisschen hin campen und mal gucken, was so passiert. Shit. Ah, auf der K... Shit. Ich hätte mich moven sollen. Er kommt hoch. Die Treppe. Boah, der ist gut. Ja, was macht dieses Spiel auch so rum? Ey, ich bin echt in unserem Team der mit den zweitmeisten Kills. Ich hätte wahrscheinlich ungefähr genauso viel, wenn ich mein Spiel nicht rumlegen würde. Digga, nach dem Game hier gehen wir erstmal... So, wo geht die Masse hin? Nicht da hin, okay. Es funktioniert, dann wieder nicht, dann funktioniert es wieder, dann wieder nicht. Hm. Okay. Ich bin hinter dir. Okay. Also neben dir. Ja, ich weiß. Ich versuche aber leise zu sein. Oh, da war ein Step. Das war ich. Sicher? Ja. Nee, war es nicht. Du. 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 Ich habe noch einen letzten Versuch. Okay. So. Ich packe meine DPI auf 1000. Das ist entsprechend niedrig. Na komm. Aber das mache ich jetzt Ingame. Die Sensitivity höher. Wo ich denn jetzt hin? Das ist keiner auf B. Wollt ihr mich verarschen? Komm mit mir auf B. Dann sind wir zu dritt. Ich bin ja eher so ein Viertel. Ich störe dieses Hühnchen. Dann tötest. Kann ich rein? Jetzt. Warum schießt du? Ich meine den Kollegen jetzt nicht du. Okay, da ist also wer. Könnt ihr eigentlich aufhören? Dauernd Schritte zu machen. Geht das? Ist das möglich? Komm durch. Ich. Ja, ja, ja. Mach, mach. Macht ihr da. Ich gehe mal zu B. Äh, zu A. Ich weiß, dass ich nur ein halber Mensch bin. Ja, aber da ist wenigstens ein Mensch. Ah, ist Deck. Nicht gedeckt. Wusst ich. Oh, hab ich mich erschrocken. Ah, ist das. Ja, ich treffe diese. Ja, dann geh du halt eben hoch. Auch fein. Meine Güte, war der schlecht. Da ist einer. Ja, ich deck dir den Rücken. Ja, ich hab den getötet. Und. Oben die Treppe hoch sind zwei. Ja, okay, ich muss da. Ich muss verschieben. Da, den hast du aber schön gefressen. Wo ist der? Der geht, äh. Nee, der steht oben an der Treppe. Ja, nicht, nicht spoil. Ich komm hier nur für mich selber. Meine Güte, hab ich mich erschrocken. Ja, von hinter mir. Ach so. Ich dachte mal, jemand hätte meinen Rücken. Deswegen hab ich nicht auf hinter mir geachtet. Das kennst du aber doch. So wenn ich nicht, wenn Leute mich nicht covern. Mhm. Ich find das schön, wie wir einfach jede Runde wahrscheinlich alle dasselbe kaufen immer. Ja. Na, wie da dann keiner fahrt. Wo hast du so? Ich geh Richtung A. Ich geh mit dir hoch. Ich geh mit dir hoch. Oren? Nee. Wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt. Flushbein. Einer. Der kam halt wahrscheinlich hier da. Ja, dann geh ich runter. Oh, wir haben die Bombe im Blick. Niemand ist mehr oben? Ja, das ist egal. Wir haben die Bombe. Jetzt heißt es Bomben-Defenden. Ich guck da auch erst mal wieder zwei Stunden Terroristen an. So, ich mach X. X-Ray mach dich mit X aus. Einfach nur konzentrieren. Ich seh dasselbe wie du. Ja, entweder. Guck. Kommt da. Ja, ich weiß. Da ist ne Bombe. Ich find das schön, wie die Leute einfach permanent in eine Schusslinie laufen, ne? Ja, ich tu ja auch so richtig assi. Zeitspiel. Sieg. Wir haben gewonnen. Vierer-Killer. Meiste Abschüsse. Meiste Vierer-Abschüsse. Ja, sie hat den meisten Damage kassiert. Äh, nee. Ich würd's sagen, wir exit mal zum Main Menu. Ja, okay. Äh, wo ist denn das? Äh, Escape. Ja, wir waren jetzt zu spät. Ich hab zu spät. Nee, kannst du immer noch. Ja, ja. Okay, ich hab das, äh, ich hab das wunderschöne Intro gemacht. Mach du mal ein wunderschöneres auf. Okay, wie wir gesehen haben, bin ich der absolute MVP und Carrier eines Teams. Colin hat leichte Backprobleme. Aber ich würd mal sagen, für die erste Folge, wir beide sind absolute Noobs in CS2. War das, find ich, eine wunderbare Folge. Ich hoff's, mich hat's genauso amüsiert wie euch. Oder andersherum. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, wunderschönen guten Nacht, wann auch immer ihr das Video seht. Ich hoffe, es euch hat gefallen. Ich bin auf jeden Fall hundemüde. Werde wahrscheinlich die Nacht durchmachen, weil ich um 8 Uhr aufstehen muss. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Und damit noch. Tschüss und mir auch. Ciao, ciao. Willst du noch was sagen? Willst du noch was sagen?